Hi Freunde und herzlich willkommen hier zurück auf dem Clip Channel, wir haben heute wieder Donnerstag, es ist Rewards Day und wir werden heute meine Rival Rewards gemeinsam hier in diesem Clip öffnen. Wie jede Woche steht das Ganze an, bevor wir rein starten, sehr gerne Liebe da lassen, das Ganze könnt ihr unterstützen mit einem Daumen nach oben oder auch gerne für den Algorithmus einen Kommentar hinterlassen und wenn ihr komplett neu sein solltet, könnt ihr natürlich auch kostenlos ein Abo da lassen. Freunde, ich weiß, der Channel würde euch gefallen, wenn ihr jetzt hier heute einschaltet und ich würde sagen, wir starten rein in die dieswöchigen Rival Rewards. Lasst mich gerne wissen, was hattet ihr in euren Packs natürlich drin, in welcher Division seid ihr, was habt ihr für Rewards? Wir haben jetzt hier Division 4 Rewards auf der RTG und heute bin ich, oder die letzten Tage, bin ich nicht so zum Zocken gekommen, deshalb haben wir nur die 3 Siege und nicht die ganzen 8 Siege erreicht. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 dann am Ende des Tages geholt, aber nicht die kompletten 8, um nochmal die Bonus Rewards mitzunehmen. Deshalb haben wir jetzt Option 1, Megapack und Jumbo Premium Gold Pack, dann natürlich wieder das, was wir nehmen werden, Untradable Rewards, Megapacks 2 Stück und eben dann 2 Jumbo Premium Gold Packs. Und dann gibt es noch die Option natürlich mit Coins, aber wir gehen wieder komplett auf Untrade. Ich weiß, wie ihr das Ganze seht, ich gehe da immer sehr, sehr gerne drauf und damit haben wir dann unsere Division 4 Rival Rewards für diese Woche komplett ready. Genau, ja, gibt es hier jede Woche, wie gesagt, und ich würde sagen, wir starten rein mit den ersten Packs. Freunde, Daumen drücken, Pack-Lack in die Kommentare, wir fangen an, 3, 2, 1, let's go! Jumbo Premium Gold Pack, und, oh Gott, ich dachte gerade wieder kurz, ne, keine Gold Karte gesehen. Da ist die Special Karte, aber es ist wieder so ein Kombi Boll, Lieber der Doris Karte, Becker nehmen wir noch mit. Jetzt, jawohl, SBC Futter ist da, und Enrique ist sogar tradable, können wir auch die Transferliste packen. Pack Nummer 2, das zweite Jumbo Premium Gold Pack, 7 seltener, man weiß nie. Also, die Rewards sind vielleicht jetzt nicht so die besten, im Vergleich dazu, wenn ich jetzt 80er Gold hätte, aber, ihr wisst Bescheid, ich habe schon, wenn ihr den Clip gesehen habt, auch aus dem 5K-Set, ja, richtig, eine Eigen gezogen. Also, es ist alles möglich, und insofern, ja, gut, das kann man jetzt auf Ehre. Gehen wir rein in den nächsten 2 Packs, und mal schauen, was rumkommt. 2 Megapacks, diesmal rechts vor links, 18 seltener, komm! Freunde, eine weitere Special Karte hier, beziehungsweise die erste. Oh ja, ein bisschen expliziver mit die Maria. Ja, 84er, 83er wieder am Start, Rojo, wieder so ein Call-Ball-Spieler. Position-Modifikator, Martial und Isma Ili, hatten wir nicht eben schon? Was ist da los hier, ey? Duplikat-Party, oder was? Komm, nächstes Megapack von den 4 Packs, muss was Gutes dabei sein. Oh mein goodness. Freunde, ich werde es trotzdem hochladen, Transparenz ist wichtig. Und das also meine Rival-Rewards auf dem Road-to-Glory-Account. Picke jetzt noch Sergi Dana, oh, viele Spanier auf jeden Fall, sogar der Manager. Hunter nehmen wir mit, jawohl, Freunde. Können wir, oh ja, aha, 1000 Münzen. Und wieder diese Isma Ili. Haben wir gerade aus drei Packs hintereinander Isma Ili gezogen, Freunde? Hä? Was ist da denn los? Lasst Liebe da, Freunde, ihr könnt ihr den nächsten Clip abchecken. Bis zum nächsten Mal, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal, euer Flo von Archie Gaming.